Hallo und guten Morgen in dieser wundervollen Welt. Ich hab keine Ahnung, was wir heute machen. Römmchen bauen. Stimmt. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ah, heiß! Hund verkaufe selber Bälle. Ja, genau das. Wuff, wuff. Bei uns heißt es Miau Miau eigentlich. Ich hab noch nix gegessen, ey. Immer diese Morgende, wo man nichts isst. Furchtbar, ein Morgen in einem Fugstück und Kaffee, das geht doch nicht. Nee, ich hab jetzt auch meinen Kaffee genommen. Haben wir eigentlich oben einen Fallkorb? Haben wir nicht. Ach, guck mal. Wir haben keinen Fallkorb, hab ihr gehört? Alter! Das war aus Versehen. Ich bin aus Versehen auf Kugel gekommen. Der Nico hat sich jetzt auch gerade... Was, was ist jetzt hier los? Hey. Boah. Nein! Pff. So. Ey. Und da kommst du jetzt natürlich nicht mehr dran. Doch, da kommen wir dran. Komm, komm, komm. Ich pack mal meine Pfeile in die Pfeilbuchse. Könntest du nicht machen? Na, wir haben schon ein paar Pfeile. Haben wir nicht vorne noch welche? Habe ich da nicht welche liegen lassen? Ja, ich bastel mir jetzt dann bald selber welche aus Knochen, wenn wir genug haben. Okay. Wisst ihr, was uns fehlt? Hm. Na ja. Wir haben viel zu wenige Pfeiler. Ja. Das stimmt. Deswegen Vogelhäuschen! Wahrscheinlich baut er jetzt dann gleich wieder so... Wie viel hatten wir letztes Mal? Sechs? Acht? Tausend? Ja, irgendwie so. Irgendwas zwischen sechs, acht und tausend. Ich meine, das ist doch mal so. Wenn wir keine Vogelhäuschen haben, müssen wir Vögelchen töten. Richtig. Das stimmt. Nico? Willst du etwa Vögelchen töten? Nein. Okay. Möchte ich nicht. Hä? Wo sind jetzt die ganzen Baumstimme hier hin? Da vorne. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Was? Ich möchte natürlich nicht widersprechen, wenn der Alex irgendwas von sich gibt. Nico? Ja. Du hast auch einen Vogel. Mist. Okay. Ich habe noch eins, zwei, drei. Neun gebaut. Alter, was eine Zählung. Eins, zwei, drei, neun. Ja, wenn schon, dann muss ich richtig zählen. Inventur bei Alex. Eins, zwei, drei, neun. Mit dir, dass du keine Inventur machst. Auf einmal hast du schon stattdessen 20 oder so. Du weißt du? Huh. Huh. Oh, falls du ins Wasser geblieben bist. Ist sehr kalt, Nico. Nun. La, 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 la. Was wollte er? Also ich glaube, ich werde nochmal versuchen, eine Schildkröte zu fangen. Wir haben die blauen. Oh, hat der mich verjagt. Nein, jetzt schon? Oh ja, der ist mir voll entgegengerannt. Angreifen oder nicht? Wir haben gar nicht die Waffen dafür. Äh, doch, wir können die brett machen. Aber du musst halt echt lange draufknüppeln auf den. Der ist nicht tot. Okay, der geht so. Der Herr. Das ging aber gar nicht so. Liegt das an der Anzahl der Bäume, die man gefällt hat, oder? Das könnte sein. Da wären wir aber schon längst hier ein großer vorbeigekommen. Ne, ich glaube, die kommen erst vorbei, wenn man, äh. In der Höhle war oder so. Ne. Äh, möchtet ihr mitgehen, Schildkröten holen, oder? Ich komm mit. Geht ruhig, ich kümmer mich hier um. Ich muss nur noch verdanken. Ich meine nämlich, dass in die Richtung, glaube ich, am Strand eher hier sein dürften. Äh, in den Bild. Ah, ja. Ich bin auf dem Weg. Nein, rohes Fleisch verdorben. Verdammt. Ah, Nico. Hm. Einer. Passt auf euch auf, ne? Nicht, dass wieder die großen bösen Jungs kommen. Mh-mh. Jo. Ah, ich weiß, wohin. Ein Häschen wird doch auch noch nice. Seit wie vielen Folgen sagst du das? Ich weiß, aber ich hab keins gefunden. Also, ich seh keine. Häschen. Achso. Lurch, seh ich aber. Lurchis. Lurch. 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 Es ist ein Lurch-Krawaben. Ach Gott. Also, wir haben auf jeden Fall schon alle Strecke, die wir für die Vogelhäuschen haben. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, wir brauchen keine mehr. Ich hab schon. Da ist ein geschlossener Koffer. Oh, ein Outfit. Oh, wow. Das ist schwarzer V-Ausschnitt und schwarze Jeans. Ah ja, komm. Gönnen wir uns. Volle Gönnung. Ich hab ein Häschen. Juhu. Jetzt bin ich glücklich. Nach drei Folgen. Endlich. Häschen. Ich hab noch einen Baumstamm. Ich brauch noch einen zweiten vielleicht. Dann kann ich mehr Vogelhäuschen bauen. Noch ein geschlossener Koffer. Hier ist auch noch einer. Nice. Klebeband. Hm. Ja, Klebeband ist... ...ne super Sache. Hier ist auch noch einer. Schon wieder Outfit. Da ist noch ein Tuch. Ich kann auch keine Stücke mehr tragen. Ja, das ist... Die gehen schnell voll. Wie gesagt, lasst euch Zeit. Juhu. Ihr findet hoffentlich ein paar Schildkröten, weil die wären echt wichtig noch. Ja, ich hoff's. Es ist zwar ein längerer Weg zum anderen Strand, aber ich hoffe, dass da wir hier sind. Ich hoffe auch. Aber wir sind jetzt dann gleich da. Sehr gut. Bald sollten wir mal... ...an meinem liebsten Strandabschnitt eigentlich sogar. Oh, hier ist ein Road. Oh, hier liegen... Sie liegen Seile. Ja. Nimmt sie mit? Sehr gut. Wir sollten irgendwann mal eine Tour machen wieder, ne? Ja, bauen wir halt zu Ende und dann... Juhu. Ich finde, da war in Staffel 1 an diesem Strandabschnitt war das geilste Lager. Ja, das war schon geil. Das war ultra. Aber das hier, das wird auch nochmal... Ja, auf jeden Fall. Wir werden... Think back, sag ich da noch. Think back. Was? Häschen! Nehmt sie alle mit. Und gerade Rehe am besten, ne? Ist noch ein Häschen. Und ein Höhleneingang. Oh, ja. Muss leider die Trophäe zurücklassen. Nein, Nico. Oh. Ein bisschen was einverleiben hier. Hier vorne sind noch mehr Büsche. Ja, ich bin jetzt full. Ich auch. Gott, ey. Haben wir uns jetzt verlaufen oder bin ich jetzt hier noch richtig? Ich denke, ich bin richtig. Ich bekomme Besuch. Also müssen wir ein Stück in die Richtung. Mist. Doch zu weit rechts. Aber ihr findet das, oder? Ja, ja. Ich weiß schon, wohin. Oh, diese Ausdauer. Ja. Bin ich, bist du K.O. Eins und zwei. Ah. Das ist ein Reh. Alle mitnehmen. Nein. Da geblieben. Nein. Perfekt. Sehr schön. Hier ist noch eins. Okay. Okay. Geh mal ein Stück weiter. Was gibt's denn? Ich bin hier so weit nach rechts gelaufen. Hier ist noch eins. Aber das kann ich nicht mehr tragen. Hm. Sind wir falsch rausgekommen? Ja, nicht da, wo ich gedacht hab. Aber wir müssen noch ein Stückchen laufen. Ich glaub, dann haut's irgendwie hin. Hoppala. Falsch. Oh. Oh, ein Dorf. Ah, seid ihr bei dem Großen? Ne, ne, ne. Oh, Dynamit. Nimmt's mit. Oh, Seile. Ich glaub, ihr seid beim Großen. Boah, ich kann nicht mehr Seile tragen. Nein, nein, wir sind nicht beim Großen. Hier steht bloß ein Einzelnes. Oh, okay, krass. Äh, craftet euch was draus. Aus dem Seil. Ja. Gibt bestimmt was. Denk ich auch. Ich überleg grad. Ich guck mal, was man damit craften kann. Schneeschuhe. Eine Axt. Ein Rockberg. Ah, das kann ich machen. Steinbeutel. Dafür brauchst du ein Schwein. Sperrt. Ne, den Kleinen. Ein Schlag. Achso, für die, die, ja. Das ist für die, für die Zwille. Ja, genau. Aber ich meine. Kann man noch machen? Ach, ein Köcher. Aber drei Häschen hab ich leider nicht. Wie viel hast du denn? Äh, nur noch eins. Ah, okay. Schneeschuhe könnte man schon mal machen. Ja, die hab ich mir glatt gemacht. Das ist auch immer ne gute Idee. Die mach ich dann auch schon mal. Dann kann ich auch ne Primär aufnehmen. Wo war das Dynamit nochmal? Irgendwo hier? In so nem, in so ner gelben... Ah. Hab ich. Danke. Yo. Oder waren's Leuchtraketen, die ihr habt? Ne. Das dürfte Dynamit sein. Okay. So, boah. Das war erfolgreich hier, du. Und das war nur eine einzige Hütte, also echt? Eine einzige Hütte, die hier stand. Ne, ne? Cool. Also auf jeden Fall gut, dass er da was Gutes mitgenommen hat von dort. Wah. Ausdauer. Äh, 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 ja, wir brauchen noch kurz. Okay. Seid ihr so weit weg? Oder sucht ihr noch immer Schildkröten? Ja, ich such grad den richtigen Strandabschnitt. Ich bin etwas falsch gelaufen. Wolltest du zum alten Strand? Ja. Äh, der ist ganz weit rechts. Echt, dann waren wir zu weit links? Ja, aber ich hatte... Oh, hätten wir weiter rechts gemusst. Ich hab nämlich den Teich gefunden, der davor war. Ah, hier sind wir. Ah, okay. Aber hier können wir ja unser Glück auch versuchen, wenn wir hier irgendwie drunter kommen. Ja. Ah, jetzt weiß ich, wo wir jetzt sind, hey. Ah, okay, dann weiß ich zumindest, wie wir zurücklaufen. Ah, da müssen wir, hätten wir viel weiter nach rechts noch gemüsst von unserem Lager aus. Ja. Okay. Aber es sieht auch schlecht aus hier. Ich glaube, ein Blick um die Kurve, nee, hier ist auch gar nichts los. Okay. Na, egal, dann gehen wir den Fluss entlang wieder so langsam zurück. Ja, ja, ich weiß auch. Ich sehe hier auch nichts. Jetzt müssen wir, glaube ich, bloß aufpassen auf Krokodile. Ah, ihr seid da hinten. Scheiße, ich hasse diese Viecher. Ich sehe die. Ja, man denkt immer, das ist irgend so ein Baumstamm oder so. Ja, genau, dann bist du tot, eine Sekunde später. Du musst dich bloß hinter sie stellen, dann auf sie stellen und dann machst du sie weg. Aber wenn du sie nicht siehst, mach es halt von hinten und dann, naja. Also ist mir schon mal was jetzt. Eichhörnchen! Gehen. Und rat mal, was ein Eichhörnchen hat. Nüsse? Auch. Fell? Auch das. Ein Kopf. Aber noch eher rechnen. Das ist so klar. Nico, du hast noch immer keinen Haikopf. Nein, ich weiß. Da müssen wir unbedingt wieder hin. Wenn ihr kommt, könnt ihr mir dann kurz helfen? Naja, ich weiß noch nicht. Überlegen wir uns, dass wir da sind. Sicher? Okay. Bist du schon am Turm bauen? Na ja, so weit bin ich noch nicht. Da war ein Häschen. Oh nein. Was? Mist. Ich kann nicht durchschwimmen, ohne den Kopf zu verlieren. Oh nein. Oh nein. Na ja. Brauchen wir durch? Wie bitte? Bisschen durchschadet nicht. Oh, oh, oh. Häschen. Dahinter. Dazwischen. Hier dahinter. Okay, ciao. Hallo durch. Kannst du mal sterben? Könnt sein, dass ihr Besuch bekommt, ne? Ne, ich seh welche in der Ferne, aber... Ja, bei uns aber am Lager. So, ja, easy. Ja, einen schönen Spaziergang haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja. Aber wir haben doch was Schönes gefunden auch. Häschen. Hier ist noch ein Glück. Ach, Mist. Okay. Und, wie lange braucht ihr noch? Bisschen auf dem Rückweg. Ah, sehr schön. Oh, oh, oh. Das war eine Dreiergruppe. Ach, das waren die Hios. Work done. Bäh. Ach nein, jetzt kommt ihr echt her. Die nehmen wir mal mit. Oh nein, lasst sie in Ruhe. Boah, Digga, du kommst ja hier hoch. Okay, du wolltest jetzt nicht anders. Ich hab gedacht, ich verschone dich vielleicht, aber jetzt ganz sicher nicht. Ich glaub, die anderen wollen jetzt auch nichts mehr. Den nehmen wir mit. Blöde Effigies. Achtung, Schlucht. Schlucht. Ich muss nur ein Stück links hier. Links rum, ja. Schlucht. Schlacht. Ich muss eigentlich was essen, aber das ist alles roh. Auf deiner Schulter auch, was du da so mit dir schlüpst? Gott, ich hab auch ganz viel roh, Entschuldigung. Alles noch. Hast du den Schrei auch gehört? Nee. Wow. Das waren viele. Laute, sehr laute. Oh oh. Aber das ist wie der Server. Also ich glaub, nur so in meinem Spielstand. Oh, Besuch. Links von uns. Oh, viele, viele. Uhuhu. Rennen. Lauf. Noch hab ich Ausdauer. Grad so. Also geht. Und. Rennen. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Ich glaub, hinter dem Hügel oder auf dem Hügel quasi schon. Ich seh schon unsere Seilbahn. Sehr gut. Hoch. Ja. Grüß Gott, Lein. Wundert ihr euch nicht? Ich hab nichts gesagt. Nichts gesagt? Seht ihr das nicht? Ich habe Great Plains geschaffen. Eben. Was redet denn er? Ich versteh's auch nicht. Guck mal, wie wenig Bäume wir nur noch haben. Hast du alle Bäume abgeholzt? Ja. Das ist ja für mich kein ungewohnter Anblick mehr. Also wir, hier liegen ungefähr zigtausend Dinger. So, ich häng mal das ganze Fleisch auf, ey, dass ich dabei hab. Oh ja, das ist gut. Das muss ich auch machen. Wow. Okay. Wir bräuchten, glaub ich, neue Drying Racks. noch mehr? Ja, wir haben ordentlich... Du hast gesagt, wir sollen Bambi mitbringen. Hm, okay. Dann haben wir Bambi mitgebracht. Aber ich hab nicht gesagt, Bambi und die ganze Familie plus doppelte Mutter. Hast du nicht gesagt. Komisch. Okay. Geil! Oh, warte, der Kamin ist aus. Haut sie euch rein in die Blauze, Gehle. Das ist immer so dunkel, wenn ich... Die Vogelhäuschen sind übrigens fertig. Zack, fertig. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich werde ganz viele Pfeile herstellen. Oder wir. Brauchen wir hier noch Fälle? Mhm. Gemütlich mit den Totenschädeln. Ähm, ja. Joach. Ein Refell. Ähm. Ah, wunderschön. Ach, Nico, der hat ja hier wieder richtig einen rausgehauen. Ich bin grad... Pff. Mit dem Baumstamm ins Wasser gelaufen war zu dunkel. Ach, du bist ja super, sonst hätte ich dir so rausgefummelt. Oh, Mann. Ich hab gehofft, ihr nehmt Besuch mit, aber so... Nee, die sind nicht mitgerannt. Ach, Mann. Das ist immer so schade. Quasi, das... Der alte Strand ist in die Richtung, wo ich gegangen bin, nur viel weiter rechts, oder? Ja, ja. Du musst quasi... Äh, Nico, wenn ich dir kurz zeigen darf. Ich gucke in die Richtung. Du musst ungefähr da lang. Ah, okay. Ja, okay. Also doch noch einen kleinen Weg. Hier sind noch einige... Einige Baumstämme. Hier ist einer. Hier irgendwo... Hier hinten sind noch welche. Wir brauchen nur noch vier insgesamt. Yo. Dann... Habschle. Jawoll, jo. Gibt doch auch so Baumstammlager. Ja, 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 ja. Die gibt's auch noch. Die können wir auch noch machen. Fertig! Jawoll! So, dann kommt direkt das, was ich als nächstes geplant hab. Dann machen wir eine Treppe hoch. Erstmal müssen wir mit der Lochsäge arbeiten. Machst du? Ja. Aber auch vielleicht nicht da, oder doch doch? Nico, das ist keine geile Idee gerade. Sorry, ganz kurz nur. Vielleicht hier vorne hin oder so den großen Leuchter. Ja, das da ist so ein schöner. Irgendwie so die Mitte, ja. Ich sehe ihr dekoriert aufwendig. Brauchst du Treppe? Oder soll ich? Geh, geh zur Seite. Okay, wir müssen nur mit der Lochsäge nochmal ran. Noch ein bisschen. Das sollte fast gehen. Jetzt. Okay. Ich hab die Schädel reingetan, Nico. Ja. Das wird nice. Oh nein, sind die Töpfe alle weg? Ich hab noch einen. Ich hab auch noch einen. Ah, okay. Weil ich hab dorst. Dorst. Ich hab nix zum trinken. Das ist aber nicht gut, ey. Alter, wie viele Knochen für diese Kronleuchter. Ist ja Wahnsinn, wie geil das wird. Oh, Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, ey. Entschuldigung. Kann jemand Wasser für mich kurz aufsetzen? Klar. Weil in dem Schildkröten-Teil ist noch nix drin. Ähm. Wir hatten bisher noch kein Regen so richtig, oder? Nee, nicht wirklich. Achso, ich mach das so. Einmal am Anfang. Ah, nee, du hast das ja kaputt gemacht. Oh, hier. Okay, hier, bitteschön. Lass es nicht wahr. Ja, wenn man schnell aufsammelt, dann geht das. Ja, wollen wir schlafen gehen, oder so? Okay. Dann können wir nämlich den nächsten Tag schnell da beginnen, gell? Jo. Und ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oh. Und, ja. Dann holen wir uns den Rest der Bäume. Von daher, vielen herzlichen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020